Das Volk der Dynastie der Arpaden Tai 4 König Stephan ist unser Herr Großfürst Geser Die Dynastie der Arpaden beginnt mit Großfürstengeser. Er nahm das Christentum an, eroberte sieben Bürgern durch Heirat und schickte Gesandte nach Quedlinburg, um die Machtposition von Ungarn im christlichen Europa zu sichern. Sein Nachfolger war sein erstgeborener Sohn Wojk, der wie sein Vater bei der Taufe den Namen Stephan annahm. Zu Oster 973 hielt der Kaiser Otto I. eine Fürsterversammlung in Quedlinburg ab, zu der Fürstgeser einen Gesandten von zwölf Fürsten schickte. Nach dem Treffen schickte der Kaiser einen Bischof und Priester nach Ungarn, womit die Bekehrung begann. Die Annahme des Christentums war sowohl ein Mittel der äußeren Sicherheit als auch ein Mittel der Zentralisierung. Parallel zur Bekehrung erkannte Fürstgeser die Macht der Fürstern im ganzen Land und zerschlug die Herrscher, die sich der Taufe widersetzten und sich zur alten Ordnung hingezogen fühlten. Dennoch gelang es einigen Fürsten, ihre frühere Macht zu behalten, darunter Jula von Siebenbürgern, weil seine Tochter Schorot mit dem Fürstgeser verheiratet war. Die Gründungsurkunde der Territorialabtei Ponnenhorme Der Bau der Territorialabtei Ponnenhorme begann in der Regierungszeit von Fürstgeser. Das Kloster wurde zu Ehren des heiligen Martin von Tur geweiht. Auszug aus der Gründungsurkunde im Namen des allerhöchsten Herrgotts, Stefan, durch die Vorsehung der höchsten Gnade, König der Ungarn. Wir haben dem Kloster des heiligen Martin auf dem Berg Ponnonio die gleichen Privilegien gewährt wie dem Kloster des heiligen Benedikt von Monte Cassino. König Stefan Stefan wurde nach dem Tod seines Vaters zum Fürsten ernannt. Sein Hauptgegner war Copain, den er besiegen konnte. Er hatte die Aufgabe, das Christentum zu festigen, die kirchliche Organisation aufzubauen und die Krönung durchzuführen. Im Jahr 1000 schickte der heilige Stefan den heiligen Astrikus aus Petschwarob nach Rom zu Papst Silvester II., um eine Krone und den Segen zu erhalten. Er wurde am 25. Dezember 1000 oder 1. Januar 1001 in Estergum gekrönt. Nach seiner Krönung gründete er zehn Bistümer, von denen Estergum und Kolodschau in den Rang eines Erzbischofs erhoben wurden. Die Herrschaft von König Stefan Stefan, heidnischer Name Woig, wurde höchstwahrscheinlich 975 in Estergum als Sohn des Fürstengeser geboren. Im Jahr 996 heiratete er Gisela, die Tochter des Herzogs von Bayern. Nach dem Tod des Fürstengeser wurde Stefan der Fürst. Seine Macht als Fürst wurde sowohl von seinen heidnischen Verwandten, Koppain, als auch von den einzelnen Stammestaaten, Jula von Siebenbürgern, Eutrun, bekämpft. Stefan stand an einem Scheideweg und er entschied sich für das Christentum und einen gnadenlosen Kampf. Aus seiner Regierungszeit sind zwei Gesetzbücher überliefert, die hauptsächlich die Staats- und die Kirchenorganisation betrafen. Er organisierte das System der königlichen Komitate. Er ernannte seinen Sohn Fürst Imre zu seinem Nachfolger, dem er die Mahnungen widmete, indem er ihn zu guter Regierungsführung ermahnte. Leider kam sein Sohn bei einer Jagd ums Leben. König Stefan starb im Jahr 1038 und wurde in der Basilika von Sekeschwäher beigesetzt. Er wurde noch vor Ende des Jahrhunderts heilig gesprochen. Mit König Stefan begann die Ära der Dynastie der Apaden. Die kirchliche Gesetzgebung von König Stefan Über die Einhaltung der Sonntags Und die Prüster und die Gespanne sollen es allen Vorstehern der Dörfer überlassen, dass auf ihren Befehl alle Männer und Frauen, alt und jung, außer denen, die das Feuer hüten, am Sonntag in die Kirche gehen. Und wenn jemand durch ihre Nachlässigkeit nicht zu Hause bleibt, um das Feuer zu hüten, so soll er geschlagen und ihm die Haare abgeschnitten werden. Über den Besuch der Kirche Diejenigen, die in die Kirche gehen, um den Gottesdienst zu hören, murmern dort während der Feier der Messen vor sich hin und stören die anderen, indem sie unnütze Geschichten erzählen und den heiligen Lesungen und geistlichen Speisen keine Aufmerksamkeit schenken, wenn sie älter sind, so sollen sie getadert und mit Verachtung aus der Kirche hinausgeworfen werden. Und wenn sie jünger und von gemeiner Herkunft sind, sollen sie wegen dieser großen Kühnheit im Kirchensaal vor allen Augen gefesselt und mit Peitschenhieben und Abschneiden der Haare bestraft werden. Über das Geschenk des Königs an die Kirche Zehn Dörfer sollten eine Kirche bauen und sie mit zwei Parzellen und der gleichen Anzahl von Skladen, einem Pferd und einer Stute, sechs Ochsen und zwei Kühen und dreißig kleinen Rindern ausstatten. Der König sollte sich um Kleidung und Altardecker kümmern, der Bischof sollte sich um Priester und Bücher kümmern. Über den Zehntel Wenn Gott einem Menschen in einem Jahr den Zehnten gab, sollte er Gott den Zehnten teilgeben und wenn ein Mensch seinen Zehnten versteckt, sollte er neun Teile bezahlen. Was bedeuten die folgenden Wörter? Benutze die Wörterbücher. Ökör, Ogse Püspök, Bischof, Pogány, Heidnis, Dorgál, Taden, Kiváltság, Privileg, Intelem, Mánung. Gyalázat, Sande, Marmog, Murmeln, Kanca, Stute, Monastor, Kloster. Körn, 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 K